Musik Freche Fragen an Pflegekräfte. Gibt es bei euch das Klischee, Pflege ist mit Ärztin und die Schwester mit dem Arzt liiert? Naja, also überall, wo viele Frauen und viele Männer zusammenarbeiten, da gibt es dann mal die Romanze oder die Romanze und dann ab und zu mal auch eine tiefere Beziehung. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, immer so. Wenn viele Menschen zusammenarbeiten, gibt es auch viel Liebe. Das Klischee ist da, ja, aber wir haben das auch selber als Beispiel auf Intensivstationen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das im Pflegeberuf mehr ist als vielleicht woanders, dass da halt auch mal normale Arbeitnehmer quasi mit dem Vorgesetzten da zusammenfinden und auch die Liebe finden. Also ich persönlich noch nicht so erlebt. Ich kenne nur Pfleger und Schwester und Arzt und Ärztin. Aber ich denke, in unserem Haus gibt es das auch, dass Pfleger und Ärzte was miteinander haben. Es soll schon mal vorgekommen sein, dass sowas gab. Aber ich glaube, es ist eher andersrum, dass Arzt und Ärztin und Pfleger und Schwester zusammengehören und zusammenfinden. Also bei uns auf Stationen jetzt nicht, aber man kennt sicherlich immer Fälle, wo das so ist. Das wird nun mal halt nicht ausbleiben. Ärzte und Pfleger sind halt auch nur ganz normale Menschen. Tschüss. 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 Tschüss.